Wir kommen gerade aus dem Camp hier in Lesbos. Das sind nachhaltige Eindrücke, das Lager ist überlegt, es sind viel zu viele Menschen drin. Die Probleme sind nicht gerade klein, vor allen Dingen, was die Versorgung an Lebensmitteln anbelangt, was die Gesundheitsförderung anbelangt, um nur die beiden wichtigsten Dinge zu nennen. Und die haben wir im O-Ton gehört von den Menschen, mit denen wir hier sprechen können. Größte Herausforderungen, vor denen die Menschen hier stehen, aber auch ganz Europa, in dieser schwierigen Situation.